10 kW Peak Grenze fällt komplett weg. Anlagen unter 30 kW Peak müssen keine EEG-Umlage mehr bezahlen. Für wen gilt das? Für die Anlagen, die über 20 Jahre alt sind, also die ausgeförderten Anlagen. Und das gilt für Anlagen, die jetzt neu gebaut werden. Und auch für Anlagen, die aktuell in dieser 20-Jahres-Periode sind. Und was sind eure Optionen, wenn ihr jetzt sozusagen eine Anlage habt, die aus der EEG auslaufen? Ja, moin, herzlich willkommen hier bei Money for Future. Es geht schon wieder um die EEG-Novelle. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht. Schaut euch das auch gerne an. Da nehme ich es einmal grob auseinander. Aber ich habe jetzt mal in den letzten Tagen einige Stolpersteine noch gefunden. Ich habe mir das jetzt alles in Ruhe mal durchgelesen. Habe auch mit den Verbänden kommuniziert, die mir da wirklich sehr tolle Informationen nochmal zukommen lassen haben. Und dass ganz viele Sachen einfach überhaupt noch nicht vom Tisch sind, wo wir dachten, die wären vom Tisch. Deswegen mache ich dieses Video hier nochmal. Und ich werde erstmal einmal eine Übersicht geben. Da habe ich mir mal so 10, 12 Punkte rausgesucht, wo ich euch einmal ganz kurz kompakt am Anfang, sozusagen alles einmal kurz erkläre. Aber einfach, dass ihr mal wisst, was sind alles so die Punkte und die wichtigsten Sachen, die dort jetzt auf uns zukommen mit dieser Novelle. Zum Beispiel diese 70%-Regelung von den Anlagen, dann diese 30kW-Peak-Grenze, die Smart Meter. Jetzt denken wir alle, jetzt kommen sie nicht. Und es gibt aber eine Lücke, dass sie vielleicht doch noch kommen wird. Ich habe jetzt hier gerade dieses Video geschnitten, aber ich musste das jetzt hier nachträglich reinschneiden, weil es mich ganz viele Kommentare erreicht, ja, und auch Zuschriften, wo die Leute mir Sachen geschrieben haben, wo ich einfach so dachte, was ist hier los? Deswegen ganz am Anfang mal ganz, ganz kurz klargestellt. Bitte versteht das hier nicht falsch, wenn ich hier darüber spreche, dass das halt für die erneuerbaren Energien insgesamt nicht der große Wurf ist. Und ich viel meckere, aber es ist wirklich so, dass man trotzdem Sonaranlagen bauen sollte und auch bauen muss, weil sie sich einfach lohnen. Und das ist egal, ob ihr privat auf eurem Dach für 8, 9 Cent oder 10 Cent den Strom auf eurem Dach produziert, dann ist das billiger als der Strom vom Versorger. Und auch ein Unternehmen, was riesige Dachflächen hat, wird immer den Strom billiger auf seinem eigenen Dach produzieren können, als wie sie ihn sich einkaufen. Ich hatte Kommentare jetzt da drunter unter den Videos, wo gesagt wurde, Oh, das lohnt sich ja für mich nicht, weil dann muss ich ja irgendwie von meinem eigenverbrauchten Strom dann was abgeben, wie beim Apfelbaum im Garten. Das ist Blödsinn, das ist nicht der Fall und das ist nicht hier in dieser Novelle verabschiedet worden. EEG-Vergütung gibt es für 20 Jahre fest und die hört nicht nach 10 Jahren auf. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Solaranlage baut, dann habt ihr diese 8,5 Cent oder 8,3 Cent, die es gibt, dann für 20 Jahre durch. Damit könnt ihr kalkulieren und nach 20 Jahren dann bricht diese ab und nicht nach 10 Jahren. Also diese paar Vorurteile hier nochmal ganz kurz am Anfang. Aus der Welt geschafft, Eigenverbrauch ist erlaubt, es lohnt sich eine Solaranlage zu bauen, wenn ich privat das mache auf meinem Dach oder als Unternehmen, lohnt es sich auf jeden Fall. Und da werden wir auch noch Beispielrechnungen machen und da werde ich auch noch Beispiele zeigen und euch das sozusagen mal an so einfachen Rechnern zeigen hier online. Dazu werde ich noch einige Videos machen. Das wollte ich nur nochmal hier gesagt haben und jetzt machen wir weiter mit dem Video zur EEG-Novelle. Wenn ihr mitmachen wollt bei der Verlosung von Balkonkraftwerken, weil ich werde welche verschenken nächstes Jahr, dann schreibt mir gerne an kontakt-at-money-for-future.com, gebt mir da einen Namen, sagt mir, warum ihr gerne ein Balkonkraftwerk haben wollt und dann kommt ihr mit in den Lostopf. Ganz am Anfang sei gesagt, mal für alle die Leute, die irgendwie denken, dass Eigenverbrauch verboten ist. Eigenverbrauch ist nicht verboten und diese Vorschläge dieser Novelle haben nichts mit den Vorschlägen von der Bundesnetzagentur zu tun. Es ist nicht verboten, seinen Strom selber zu nutzen oder in einen Speicher reinzutun. Das hier mal ganz klar vorab. Und es wurde halt ein Entschließungsantrag formuliert, der dann in Q1 nochmal verhandelt wird. Darüber will ich auch ein bisschen sprechen und da sind über 15, also ich glaube 16 Punkte noch drin, die offen sind und die dann noch entschlossen werden müssen beziehungsweise vom Wirtschaftsministerium dann Vorschläge kommen sollen oder von der Bundesnetzagentur, wie denn einzelne Sachen auszuregeln sind. Also es ist hochspannend und hochdramatisch auch für die erneuerbaren Energien. Also bleibt dran, jetzt gehen wir einmal durch. Was sind denn die einzelnen Eckpunkte und fassen das Ganze mal einmal vorab zusammen, gehen auf die wichtigsten Punkte ein und dann gehen wir sozusagen dann mal in die Details und in die Fakten, wenn es denn überhaupt Fakten gibt, weil das wurde mir auch vorgeworfen, hey, du redest hier und hast gar keine Fakten. Ja, die meisten Fakten gibt es auch noch nicht, weil die erst in Q1 beschlossen werden. Die Punkte zähle ich euch jetzt einmal hier kurz vor. Also Ziel der erneuerbaren Energien bis 2030, Punkt 1. Dann Entschließungsantrag, Punkt 2. Finanzielle Beteiligung der Kommunen, Punkt 3. Wir reden über PV-Freiflächen, über PV-Dachanlagen und über die PV-Anlagen, die bei euch auf dem Dach sind, unter 30 kW Peak. Wir sprechen ganz kurz die PPA-Vereinbarung an, also direkte Vermarktung von Strom. Dann den Mieterstrom wird kurz angesprochen und die Innovationen, also Free-Floating oder auch Agri-PV und Parkplatz-PV und auch die Windkraft werde ich einmal ganz kurz ansprechen und auch diese Maßnahmen der Digitalisierung. Ich kann nicht alles ansprechen, es ist einfach ein viel zu großer Wust. Es gibt noch andere Punkte, die auch wichtig wären, wie Geothermie, Wasserstoff, Biomasse. Das wird auch alles noch in dieser EEG-Novelle angesprochen und auch in Q1 dann noch sozusagen detaillierter formuliert. Der erste Punkt sind halt diese Ziele, diese 65% der erneuerbaren Energien des Stroms bis 2030. Und das ist halt wirklich eine Milchmädchenrechnung, weil natürlich diese Ziele nicht besonders ambitioniert sind. Ja, wir haben 550 Terawattstunden Stromverbrauch im Jahr in Deutschland. Und wenn wir jetzt uns überlegen, wir sagen, also die Bundesregierung sagt bis 2030, sagt Herr Altmaier, haben wir ungefähr 580 Terawattstunden pro Jahr. Aber wenn wir uns überlegen, dass wir jetzt anfangen elektrisch zu fahren und auch anfangen mit Strom die Wärme zu machen, dann brauchen wir sehr viel mehr Terawattstunden als diese 580 oder 590 Terawattstunden, die er für 2030 annimmt. Nein, wir brauchen wahrscheinlich eher so zwischen 750 und 900 Terawattstunden. Das heißt, wir haben einen viel größeren Bedarf an erneuerbaren Strom. Und wenn ich natürlich ein ganz kleines Endziel habe oder eine Prognose habe, die ganz, ganz schwach ist, ja, dann ist es leicht davon halt diese 65% zu erreichen. Aber die Prognose müsste viel höher sein. Ganz vorneweg dieser Entschließungsantrag, was ist das überhaupt und was steht da überhaupt drin? Das ist alles das, was sozusagen in Q1 jetzt noch gemacht werden muss. Da sagt man einfach, okay, die EU, die will auch noch ihre Klimaziele verbessern und verschärfen. Da müsst ihr erst mal gucken, was die sagt und dann müssen wir das für uns machen. Natürlich könnte man auch einfach so für sich selber auch solche ambitionierteren Ziele formulieren. Zum Beispiel steht in dem Entschließungsantrag drin, wie man genau die Ausbaufade machen möchte. Also, dass man sie natürlich größer machen muss als das, was da jetzt drin steht. Weil die Ausbaufade, habe ich in meinem ersten Video schon gesagt, sind einfach eine absolute Katastrophe, wenn wir bis 2030 nur 360 Terawattstunden mit erneuerbaren Energien erzeugen können, dann ist das einfach ein Witz, ja, das ist einfach viel zu wenig. Und dann das Konzept der Absenkung der EEG-Umlage, das wird auch erst in Q1 dann besprochen und letztendlich dann auch sozusagen umgesetzt oder verabschiedet. Und auch die PPA-Vereinbarungen werden dort nochmal neu besprochen. Also diese direkte Vermarktung von Strom, habe ich auch schon ein Video drüber gemacht, packe ich euch in die Videobeschreibung. Da geht es einfach darum, dass man Strom ohne das EEG direkt kaufen kann. Da gibt es einen Lieferanten und einen Abnehmer von Strom und die haben beide einen direkten Liefervertrag und da ist nichts dazwischen, es geht nichts ins Netz und so. Und das ist eine richtig coole Sache, die soll auch gestärkt werden, aber erst in Q1. Innovationsausschreibung, also für Agri-PV oder Bergplatz-PV und auch Floating-PV, wo sie 50 Megawatt als Summe mal angenommen haben, dass man das jetzt unterstützen will, das kommt dann auch erst in Q1. Da sollen dann auch Speicher- und Sektorenkopplung besser gemacht werden, aber das wird halt alles erst in diesem Entschließungsantrag in Q1 sozusagen dann beschlossen. Und auch das Repowering bei Wind, das ist halt auch eine ziemliche Katastrophe. Sie haben da jetzt so eine einigermaßen Lösung gefunden dafür, dass sie halt die alten Windkraftanlagen nicht vom Netz nehmen, indem sie einfach einen Cent pro Kilowattstunde mehr denen geben, als sie am Markt sozusagen für Strom bekommen. Aber das Repowering an Land ist halt absolute Katastrophe. Die Windenergie haben sie komplett gekillt. Die Ausbaufahde dort sind eine Katastrophe und auch die Zubauraten sind eine Katastrophe. Das ist einfach viel zu wenig und Wind hat halt auch die Power, den gesamten Strom zu liefern über halt Dezember, Januar, Februar, nämlich genau dann, wenn die Sonne nicht scheint, gibt es extrem viel Wind in Deutschland. Und wir könnten Gigawatt, also hunderte Gigawatt installieren an Windleistung. Wir könnten wahrscheinlich auch 1500 Terrawatt Leistung installieren an Wind. Also wir können wirklich wahnsinnig viel Windstrom produzieren. Und damit dann halt auch, und das ist ja das Wichtigste eigentlich, Wir wollen ja nicht nur unseren Strom, sage ich mal, für Elektromobilität und ein bisschen Wärme pumpen, sondern wenn wir alles, wirklich alles auf Erneuerbare umstellen wollen, dann müssen wir halt noch viel mehr Strom produzieren als diese 900 Terrawattstunden, die ich jetzt am Anfang mal gesagt habe. Und das kriegen wir eigentlich nur hin mit dem Windstrom. Also das heißt, wir wollen Wasserstoff herstellen und wir wollen Gas herstellen. Aus Wasserstoff kann man Gas machen. Und dafür brauchen wir dann halt unfassbar viel Strom, um diesen Wasserstoff grün herzustellen und auch dieses Gas grün herzustellen. Und das ist wirklich eine absolute Katastrophe. Und was in diesem Entschließungsantrag auch noch drin steht, und das ist wirklich hanebüchen und richtig krass, das ist dieser Punkt 15 im Entschließungsantrag, also hat 16 Punkte, im Punkt 15 steht drin, das ist der Paragraf 13c im Energiewirtschaftsgesetz, dass halt die Netzbetreiber doch noch sich überlegen können, wie sie Maßnahmen zur Netzstabilisierung umsetzen können. Und das sind dann für Anlagen unter 25 kW Peak die Möglichkeit besteht, dass doch noch eine Smart Mieterpflicht kommt. Und da steht nicht drin, dass dann für unter 7 kW Peak zum Beispiel das dann nicht kommt. Ja, das haben sie jetzt erst mal so hier gesagt, dass das nicht kommt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie sich dann auch da irgendwie einig werden, dass sie eine vernünftige Lösung hinbekommen. Aber theoretisch ist es möglich, dass das alles hier nochmal zurückgenommen wird. Und das finde ich halt einfach extrem krass. Und es könnte auch dieses Kalkül sein, dass man sagt, naja, jetzt haben wir erst mal ganz viel Lärm gemacht. Also wir YouTuber, ganz viele Verbände und ganz viele Interessensgruppen haben gesagt, ey, das ERG ist total schlecht. Diese ganzen Sachen, die ihr da reinmachen wolltet mit Smart Mieterlösung für Anlagen unter 7 kW Peak, das ist totaler Mist. Ja, und dann haben sie gemerkt, oh, das ist aber ganz schön viel Gegenwind. Und jetzt warten wir mal drei, vier Monate ab, ja, bis zum Januar, Februar, März nächsten Jahres, Q1. Vielleicht haben sie es dann alles vergessen, da sind wir noch mit Corona beschäftigt. Und dann drücken wir das doch alles wieder um. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Also Punkt 1 war Ziele, haben wir jetzt schon drüber gesprochen und der Punkt 2 Entschließungsantrag und die finanzielle Beteiligung. Punkt 3 wurde verbessert von Kommunen für Solaranlagen oder auch Windkraftanlagen. Und das ist wirklich eine gute Geschichte. Muss man aber auch sagen, hey, das war auch schon mal besser im EEG. Ihr habt es nur verschlimmbessert. So, und jetzt will man wieder eine Lösung finden, dass es halt besser wird. Zum Beispiel halt, dass sozusagen an diesen Steuereinnahmen dann die Kommunen, wo der Windpark steht, dass die dann 90 Prozent halt dieser Gewerbesteuererträge bekommen. Und da, wo die Firma sitzt, die dieses Projekt geplant hat und dieser Betreiber der Windanlagen sitzt, dass die halt nur 10 Prozent dann aus diesen Erlösen bekommt. Bei den großen PV-Anlagen kann das dann auch sein, dass sie bis zu 0,2 Cent pro Kilowattstunde sozusagen dann an die Kommunen geben. Und das ist auch richtig gut, ja, weil natürlich einfach dann die Bürger vor Ort mit beteiligt werden. Und sie reden auch darüber, dass sie halt die Bürger sozusagen beteiligen wollen, indem sie halt bestimmte Tarife anbieten möchten, ja, oder andere Benefits halt anbieten möchten. Dass sie dann vielleicht, wenn sie in der Nähe von so einem Windpark sind, dass sie dann einfach sehr günstig diesen Strom bekommen. Also, dass sie dann nicht 30 Cent pro Kilowattstunde zahlen müssen, sondern einfach nur 25 oder 20 Cent. Ja, also einfach einen ganz großen Satz da drunter, dass man dann sagt, hey Mensch, bei mir steht das Windrad vor der Haustür, deswegen habe ich günstigen Strom. Dann bin ich auch eher bereit, das dann für mich zu akzeptieren, dass das so ist. Vierter Punkt, PV-Freiflächen. Haben wir ja gesagt, Volumen der Ausschreibung soll dann sozusagen bei den Freiflächen-PV-Anlagen um 50 Megawatt reduziert werden. Das hatte ich in dem letzten Video auch schon gesagt. Dafür geht das bei den Dachanlagen wieder etwas nach oben um 50 Megawatt. Also auch so Sachen, die ich halt überhaupt nicht verstehen kann. Einigung dazu auch wieder erst in Q1. Die maximale Angebotsgröße sind dann halt auch diese 20 MW. Das bleibt so. Ja, und auch die Ausschreibungsmengen oder das Volumen, was dann sozusagen dort reingehen kann, das wird dann auch nochmal in Q1 fixiert. Und dann kommen wir zu den PV-Dachanlagen. Also diese großen Dachanlagen ab 750 KW Peak müssen in die Ausschreibung gehen. Und dann gibt es jetzt eine Wahlmöglichkeit für die Anlagen, die über 300 KW Peak sind. Das ist natürlich für diejenigen, die halt komplett einspeisen wollen, einfach die volle Vergütung haben möchten und aber eigentlich den Strom nicht selber nutzen können, nicht so gut. Für die, die ihn selber nutzen können, ist es gut. Auch da wird sich dann im Q1 dann letztendlich darauf geeinigt. Ich habe das eben schon gesagt. 2021 soll sozusagen dann 350 MW in diesem Segment dann dort zur Verfügung stehen, was halt auch eine absolute Katastrophe ist. Das wird hoffentlich auch noch nach oben angepasst bei 350 Megawatt für diese großen Dachanlagen. Das ist einfach viel zu wenig. Wir bräuchten Gigawatt in diesem Bereich. Ja, also 1000 Megawatt ist ein Gigawatt. Und da bräuchten wir mehrere Gigawatt in diesen Bereichen, damit das wirklich gut nach vorne geht, weil die Unternehmen sind bereit, diese Investitionen zu tätigen. 300 bis 750 KW Peak Anlagen können in die Ausschreibung gehen. Wenn sie reingehen in diese Ausschreibung und da teilnehmen, dann können sie keinen Eigenverbrauch machen. So, und wenn sie nicht teilnehmen, dann kriegen sie nur die Hälfte der Vergütung. So, das ist halt auch so etwas, wo man so denkt, warum hat man das gemacht? Ach gut, man will da irgendwie die Hygienumlage kleiner halten oder die Kosten etwas kleiner halten. Und es gibt eine Übergangsfrist bei diesen PV-Dachanlagen bis zum 01.04.2021. Das heißt, man hat jetzt noch ein paar Monate Zeit, diese geplanten Projekte dann noch umzusetzen und auch zu bauen. Weil sonst, wenn sie das jetzt einfach so ab 01.01. hätten gelten lassen, dann wären ganz viele Projektierer einfach zurückgesprungen und die Investoren wären zurückgesprungen und hätten gesagt, nö, dann mache ich mein Dach hier nicht voll, wenn ich da nicht die volle Einspeisevergütung habe. Also ihr habt eine Frist bis zum 01.04.2021, diese großen Anlagen dann noch zu bauen. Und überhaupt dann diese Deckelung da reinzubringen oder die halbe Vergütung reinzubringen, ist für mich auch nicht so richtig nachzuvollziehen. Die Ausschreibung bleibt halt auch recht komplex. Das heißt, viele Leute ist es einfach zu anstrengend, das zu machen. Und das ist halt auch ein großes Problem, wie ich finde. So, und jetzt kommen wir zu diesen 30 kW Peak-Anlagen. Und zu dem Punkt 6, also 10 kW Peak-Grenze fällt komplett weg. Und Anlagen unter 30 kW Peak müssen keine EEG-Umlage mehr bezahlen und das ist natürlich richtig gut. Und für wen gilt das? Das gilt für die Anlagen, die über 20 Jahre alt sind, also die ausgeförderten Anlagen. Und das gilt für Anlagen, die jetzt neu gebaut werden und auch für Anlagen, die aktuell in dieser 20-Jahres-Periode sind. Also für alle Anlagen gilt das. Auch dort gibt es dann im Entschließungsantrag noch eine kleine Nachbesserung, weil es noch einen Paragrafen gibt, wo drin steht, dass diese, also in einem anderen Gesetz steht noch drin, dass diese 10 kW Peak-Grenze da drin ist. Deswegen müsste man dieses andere Gesetz dann auch noch ändern. Aber das ist sozusagen jetzt erstmal ein Fakt, dass sie das machen wollen. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass das dann wirklich so kommt. 30 kW Peak heißt auch 30 Megawattstunden Leistung. Das heißt, wenn ihr da drunter seid, unter diesen 30 kW Peak und auch unter diesen 30 Megawatt Leistung, dann gilt das auch dafür. Die Basis-Degression wird abgesenkt auf 0,4 Prozent. Also dieser Strompreis, diese Vergütung, die ihr bekommt, die wird von Monat zu Monat sozusagen immer etwas abgesenkt. Das heißt, wenn ihr später eure Solaranlage baut, dann kriegt ihr pro Kilowattstunde einen kleineren Vergütungssatz. Und den kriegt ihr dann die 20 Jahre durch. Natürlich, also je später ihr die Solaranlage baut, desto geringer wird der Vergütungssatz. Aber man geht halt davon aus, dass halt die Kosten für Solarmodule und Installation auch ein bisschen sinken. Deswegen hat man da so eine Degression drin. Und jetzt auch dieses Thema, keine Smart Mieter unter 7 kW Peak. Man konnte sich halt dort einigen. Ende Januar kommt die Einbaupflicht für diese Anlagen ab 7 kW Peak. Das heißt, ab Ende Januar werdet ihr wahrscheinlich auch schon die ersten Briefe von den Netzbetreibern bekommen, dass dann sozusagen ein Einbau fällig wird. Und dann hat man eine gewisse Zeit, das zu machen. Diese 70%-Regel, da habe ich das gerade am Anfang schon gesagt, das ist halt extrem wichtig, dass man das beachtet. Man hat eine 70%-Regel, da habe ich auch ein Video drüber gemacht, also dass sozusagen die Leistung der PV-Anlage nicht zu 100% ins Netz gehen darf, weil man sagt, das würde die Netze überlasten. Und es gibt halt die Regel, dass die einfach knallhart abgeregelt wird, dass man einfach diesen Strom dann einfach nicht nutzt, der wird dann abgeregelt. Es gibt aber auch diese dynamische Regelung, sage ich jetzt mal, dass dann einfach die 30%, die dann die PV-Anlage zu viel produziert, dass das dann irgendwo anders reingehen kann. Vielleicht in euren Stromspeicher oder ins Elektroauto oder in die Wärmepumpe oder Heizstab, dass ihr so eine dynamische Regel mit 70% habt. Und was halt nicht gekommen ist, und das ist wirklich richtig gut, das ist diese von 0 auf 100% dynamische Regelleistung, die der Netzbetreiber sozusagen dann bei den PV-Anlagen machen könnte. Diese Technik gibt es noch gar nicht, sie haben sie aber in die erste Novelle oder den ersten Entwurf der Novelle mit reingeschrieben. Was glaubt ihr denn damit zu bezwecken, wenn ihr Technik als verpflichtend reinschreibt, die es noch gar nicht gibt? Also das ist halt wirklich richtig schlimm, aber auch hier nochmal betont, Eigenverbrauch ist erlaubt. Und auch gewünscht, dass ihr den Strom in einen Speicher reintun könnt oder in euer Elektroauto. Und das ist nicht so, dass der Eigenverbrauch verboten wird. Also bei der 70%-Regel, bitte nicht falsch verstehen, diese 70%-Regel Wirkleistungsreduzierung sozusagen, die fällt erstmal weg. Man kann die nutzen, man muss die nicht nutzen, soweit wie ich das jetzt hier verstanden habe. Und was sind eure Optionen, wenn ihr jetzt sozusagen eine Anlage habt, die aus der EEG auslaufen? Ja, also entweder ihr könnt sie halt neu bauen, ihr könnt einfach eine neue Anlage raufmachen, habt dann wieder 20 Jahre Ruhe. Ihr könnt die Anlage als Nulleinspeiseanlage einfach weiterlaufen lassen, also dass sie gar nicht mehr ins Netz einspeist. Oder ihr lasst sie einfach so weiterlaufen, wie sie halt gerade gebaut ist, dass sie einfach ganz normal ins Netz weiter reinspeist. Diese ganzen teuren Umbauten sind halt nicht notwendig. Und was ihr natürlich auch machen könnt, ihr könnt sie einfach sozusagen abklemmen oder abbauen, das ist natürlich auch möglich. Oder ihr baut sie ab und baut sie woanders wieder auf als reine Insel, ja, das geht auch. Aber wenn man mit dem Hausnetz verbunden ist und das Hausnetz auch am Stromnetz angeschlossen ist, wenn man einspeist, auch immer in dieser EEG drin ist. Punkt 7, PPA-Vereinbarung. Das ist eine Power Purchase Agreement. Das heißt, da gibt es eine direkte Stromkaufsvereinbarung zwischen einem Abnehmer und einem Anbieter. Das heißt, ein Krankenhaus zum Beispiel kann eine Energiegenossenschaft fragen, hey, willst du mir nicht eine große Anlage auf mein Dach bauen? Ja, ich will mich da aber nicht drum kümmern und will mit dem ganzen Kram nichts zu tun haben, weil meine Kernkompetenz ist, hier Leute gesund zu machen. Aber ich würde gerne günstigen Strom haben. Dann kann man so eine PPA-Vereinbarung haben. Schaut euch dieses Video gerne an mit der Sonneninitiative. Es gibt da ganz viele Energiegenossenschaften und auch Solargenossenschaften, die solche Sachen anbieten. Mieterstrom wird verbessert. Und das ist natürlich extrem wichtig, dass die Mieter endlich günstigen Strom bekommen und auch die Mieter oder die Vermietungsgesellschaften, Wohnungsbaugesellschaften anfangen, Solarenergie zu produzieren. Dass sie günstigen Strom ihren Mietern zur Verfügung stellen können. Auch wenn jetzt das Thema Elektroauto kommt und die Autos vor den Häusern stehen am Wochenende, dass man dann vielleicht einfach günstigen Strom dort reinschieben kann. Und für die Vermietungsgesellschaft ist es cool, die haben zusätzliche Erlösmöglichkeiten. Und für den Mieter ist es cool, weil er kriegt dann einfach für 20 Cent oder 18 Cent die Kilowattstunde Strom oder 25 Cent und muss halt nicht diese 30 oder 31 Cent bezahlen. Und das ist wirklich richtig gut. Also diese Quartiermöglichkeit, dass man mehrere Blöcke zusammennimmt. Es soll dann halt eine Gewerbesteuerbefreiung kommen dafür, weil das macht das alles extrem kompliziert. Und Anlagen können halt auch zusammengefasst werden. Also eine Wohnungsbaugesellschaft kann mehrere PV-Anlagen haben und kann die dann zusammenfassen. Und die Stromsteuer soll darauf befreit werden. Das ist auch so ein Riesending hier. Und das ist dann auch noch zu klären in Q1, so wie vieles andere auch. Da müsste man halt auch andere Gesetze noch ändern, weil die Stromsteuer ist ja so eine heilige Kuh, wo man nicht so einfach rankommt. Punkt 9 waren die Innovationen im EEG. Und das ist halt super interessant, weil Agri-PV und Floating-PV und Parkplatz-PV soll unterstützt werden. Natürlich muss man sich jetzt auch noch einigen, wie man das genau macht. Und man hat gesagt, man will jetzt hier 50 Megawatt an Ausschreibungsvolumen dafür dann sozusagen zur Verfügung stellen. Das sind jetzt zum Beispiel PV-Anlagen auf Gewässern, Agrarflächen oder halt dann natürlich Parkplätzen. Und da soll die Bundesnetzagentur bis Oktober 2021 die Voraussetzungen festlegen, wie man das denn am besten machen kann. Das Volumen 50 Megawatt ist jetzt nicht besonders viel, aber es gibt eine Fix-Prämien-Ausschreibung. Also man hat wieder einen fixen Betrag, den man sozusagen dann für seinen Strom bekommt. Und der muss ja natürlich auch relativ hoch sein, damit sich das Ganze dann auch rechnet. Aber man muss es ja auch irgendwo mal anstoßen können. In China sehen wir ja schon diese riesigen Anlagen, die da auf Seen drauf sind. Das könnten wir bei Tagebau sehr gut einsetzen, dass man dort einfach große PV-Flächen draus macht, wenn da Seen vorhanden sind. Und die Mindestgröße dieser Anlagen sind 100 kW Peak und die maximale Größe sind 2 Megawatt Peak. Die Speichervorgaben sollen verbessert werden. Da sollen einige Sachen noch verbessert werden für Biomasse, Wasserstoff etc. pp. Aber diese Innovationen oder diese innovativen Dinge, die wir brauchen, um den Markt flexibel zu machen, das ist einfach extrem wichtig. Und bei Windenergie, Neubauen, Repowering, Altanlagen, das ist halt wirklich ein Trauerspiel. Die Kommunen sollen jetzt beteiligt werden, alles gut. Damit man diese alten Anlagen auch nicht abbauen muss, kriegen die jetzt 1 Cent mehr über den Marktpreis. Es gibt halt leider überhaupt gar keine Verbesserung für Neubauten von den Windanlagen. Wir brauchen ja viel mehr Wind. Und wenn wir sozusagen so eine alte Windmühle mit einem 0,7 MW abreißen und da dann einfach eine große Mühle mit vielleicht 7, 8 oder 12 MW hinsetzen würden, dann wäre das natürlich eine unglaubliche Vervielfachung der Stromleistung, die wir da bekommen würden. Und da hat man sich einfach überhaupt noch nicht so richtig geeinigt. Ja, dann wurden noch natürlich einige Vermarktungsregeln jetzt verbessert. Ja, also von diesem Marktprämie ab 4 Stunden. Vorher waren es 6 Stunden bei PV-Strom bzw. erneuerbaren Energien Strom. Es gibt aber keinen wirklichen Fortschritt in dem Sinne. Eigentlich müssten die erneuerbaren Energien da weg von dieser Börse. Ja, auch die Kompensationsregeln werden nochmal optimiert. Die Zeit sozusagen von negativen Strompreisen wird dann hinten nochmal drangehängt. Das sind alles so Regelungen, wo man so denkt, ja, wofür braucht man das? Ist doch eigentlich blödsinnig. Aber im Entschließungsantrag soll das dann auch nochmal diskutiert werden. Maßnahmen zur Digitalisierung gibt es noch. Und dann natürlich sollen auch so Sachen wie Wasserstoff gefördert werden. Auch wieder alles in Q1 dann besprochen. Und es gibt natürlich auch noch sonstige Dinge, die dort noch verbessert werden sollen mit dieser EEG-Novelle. Wie zum Beispiel Biogasanlagen. Ja, große Verbesserungen dafür, weil wir die brauchen auch für die Flexibilisierung des Strommarktes oder auch des flexiblen Angebotes. Man kann bei Biogasanlagen kann man hoch und runter fahren. Ja, die könnte man eigentlich flexibler nutzen. Und man könnte auch Batteriespeicher noch dazu als Ergänzung setzen, dass man da wirklich richtig flexibel ist. Dieses Ausschreibungsvolumen soll auf 600 Megawatt erhöht werden pro Jahr bei diesen Biogasanlagen. Die Wasserkraft soll gestärkt werden. Da gibt es dann eine bessere Vergütung für diese Wasserkraftanlagen. Und auch die Geothermie soll gestärkt werden. Aber wie und wo das dann alles kommt, das ist dann immer noch wieder in diesem Entschließungsantrag dran. Und was ich halt auch so unglaublich krass finde, ist halt, dass die Industrie im Grunde einen Blankoscheck bekommt. Sie müssen sich nicht an den Kosten für die erneuerbaren Energien beteiligen. Eigentlich haben die Netzbetreiber vorgehabt, das einzuklagen, dass sie dort auch einen Teil dieser EEG-Umlage mitbezahlen müssen. Und die CDU und CSU hat sich durchgesetzt, dass sie das nicht tun müssen und wahrscheinlich das dann auch nicht tun werden. Es ist wirklich eine absolute Katastrophe, finde ich, weil die natürlich auch davon dann profitieren, wenn sie eventuell dann mal zukünftig günstigen Windstrom bekommen. Das ist wirklich richtig schlimm. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Weil ich finde, das ist einfach eine ziemliche Sauerei, weil das einfach auch wieder dieses Vertrauen in die Demokratie wieder untergräbt. Wenn dann einfach nur für die Reichen, sozusagen BASF und Bayer, dann Politik gemacht wird und die sich gar nicht dann daran beteiligen. Aber der kleine Mann, der kleine Mieter, der die EEG-Umlage voll zahlt, der muss sozusagen dann die Hauptlast tragen. Aber die großen, milliardenschweren Konzerne, die auch über viele Jahre Milliarden Gewinne angehäuft haben, die müssen sich dann nicht beteiligen. Wir müssen einfach mehr Bürgerbeteiligung machen, wir müssen selber Energieversorger werden, wir müssen mehr Balkonkraftwerke und Solaranlagen bauen und elektrisch fahren, damit die Leute merken, was eigentlich Solar leisten kann. Leider können wir nicht jeder ein großes Windrad hinstellen, deswegen müssen wir auf PV zurückgreifen. Darum geht es ja auch hier auf diesem Kanal. Ist wieder ein langes Video geworden. Ich hoffe aber, ich konnte noch mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen, was diese Novelle angeht. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare, weil das würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Es gibt ganz viel Schatten, es gibt ein bisschen Licht. Insgesamt für die privaten Haushalte mit dieser 10-Kilowatt-Peak-Grenze, die jetzt wegfällt und so, gibt es wahrscheinlich eher mehr Licht, würde ich sagen. Und wenn da auch diese Smart-Mieter-Regelung nicht kommt und diese kleinen alten Anlagen dann nicht alle teuer umgerüstet werden müssen. Dieser ganze Blödsinn, der ist jetzt hier weg, der ist vom Tisch. Die EEG-Umlage fällt auch für diese ganzen Sachen weg und das ist einfach richtig gut. Deswegen können wir hier einfach nur sagen, top, aber und da muss, deswegen habe ich dieses Video auch gemacht, wir müssen noch mehr machen, wir müssen aufpassen, dass sie hier nicht in ein paar Monaten dann doch ein paar Sachen wieder einführen, wo wir jetzt so hart für gekämpft haben, dass sie jetzt nicht kommen. Da könnt ihr mich gerne unterstützen mit einem Abo, würde ich mich riesig freuen. Oder lasst mir aber einen Daumen hoch da, schreibt mir wieder in die Kommentare, wie gesagt, wenn ich nochmal über etwas anderes sprechen soll. Das soll es von mir gewesen sein. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut, bis dahin, euer Felix. Ciao.